Herzlich willkommen zur Talk24 am 8. Oktober. Ab Montag gibt es keinen Anspruch mehr auf kostenlose Bürgertests. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss die vielerorts obligatorischen Nachweise selbst bezahlen. Viele Apotheken rechnen laut einer Aposkop-Umfrage damit, dass sich der Frust über fehlende Nachweise oder hohe Preise in der Offizin entlädt. Alle Ergebnisse zur Aposkop-Umfrage finden Sie auf apotheker.talk.de. Der grüne Bundestagsabgeordnete Dr. Janosch Dahmen kritisiert das Ende der kostenlosen Bürgertests. Er befürchtet, dass viel mehr Infektionen unerkannt bleiben. Dahmen schlägt stattdessen eine Verknüpfung mit der Impfkampagne vor. Wer eine Impfberatung in Anspruch nimmt, soll weiterhin kostenlos getestet werden können. Wichtig für Apotheken, Ungeimpfte haben Anspruch auf medizinische Behandlung, auch ohne aktuellen Test. Das gilt laut ABDA auch in Apotheken. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach wird Stand-up-Comedian. Jedenfalls macht er bei einer Amazon-Prime-Show mit, in der Prominente von erfahrenen Komikern gecoacht werden. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery, hat sich nun doch dagegen ausgesprochen, Apotheken bei der Impfung gegen Corona zu beteiligen. Das vollständige Video-Interview finden Sie auf apotheker.talk.de oder hier in unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und schönes Wochenende.